in dem heutigen video möchte ich euch zeigen wie ihr schnell eure waffen leveln können auf der map terminus und zwar gibt es hier einen glitch leute wie ihr seht spawnen die zombies sehr schnell hier in diesem raum und wie dieser glitch funktioniert zeige ich euch jetzt als allererstes müsst ihr pecker punch aktivieren wenn ihr pecker punch aktiviert habt leute kauft euch das munitions mod tote leitung dies kriegt ihr für 500 schrott am arsenal und wenn ihr das dann habt dann geht es zum pecker punch fahrt den hoch und ihr müsst euch jetzt umdrehen denn da oben ist ein fenster und wenn ihr durch das fenster guckt seht ihr so ein blitz so ein sicherungskasten und auf den müsst ihr schießen mit eurer tote leitung munition und wenn ihr darauf geschossen habt müsst ihr noch auf weitere kästen schießen ich schießt erstmal hier drauf dann links und dann hier oben dann geht hier rechts um die ecke leute so wie ich es mache geht hier rein springt hier runter und habt dann rechts oben an der wand den vierten und hier habt ihr dann den fünften und dann öffnet sich dieser raum und diesen raum braucht ihr dann für diesen glitch leute jetzt müsst ihr bis runde 16 spiele bis dieser bosszombie kommt und ihr müsst am besten euer controller oder euer keyboard so einstellen dass sie zum interagieren nur einmal tippen braucht dann geht zu dieser zip line leute so dass ihr interagieren könnt macht es aber noch nicht und sobald der stehen bleibt und euch ziehen will drückt ihr auf interagieren dann zieht der euch und ab dem moment seid ihr unsichtbar dieser glitch hält so lange bis sie wieder die zip line benutzt und danach ist der glitch aufgehoben aber so lange seid ihr unsichtbar das können auch alle eure teammitglieder genauso machen leute und wenn ihr dann alle im gottmode glitch seid dann geht ihr zurück ins labor und stellt euch mit eurem mate hier an die tür und blockiert den ausgang für die zombies die meisten zombies werden jetzt von vorne kommen die runden werden so viel schneller vergehen leute ihr könnt so viele headshots hier verpassen und eure waffentarnungen freischalten und waffen leveln und wenn ihr merkt dass keine zombies mehr kommen kann es sein dass die mangler draußen spornen weil die werden hier drinnen nicht spornen die werden dann aber in der unmittelbaren nähe dann spornen bei euch und ab und zu könnt ihr dann wieder zurück in den raum und dann werden die zombies auch wieder neu spornen und falls ihr bei den munitionsrunden seid dann geht in den raum rein also bis an die ecke wo die tafeln sind dann werden diese ganzen fliegen die parasiten werden auch in diesem fenster spornen und ihr könnt ihr dann leicht hier abknallen das war es dann mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und für all diejenigen die in zukunft nichts mehr verpassen wollen können jetzt ein kostenloses abo da lassen und immer auf dem neuesten stand zu bleiben vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao